Wir befinden uns hier in der Otto-Bronn-Straße 70 bis 71. Das ist ein ehemaliger Bürokomplex. Dieser war bis heute gesichert und Einsatzkräfte von uns entdeckten aufgehebelte bzw. aufgeschweißte Türen. Wir gehen davon aus, dass hier ein Diebstahl oder bzw. Buntmetalldiebstahl durchgeführt wurde. Im Bereich des Kellers fanden wir Einbruchswerkzeug und gehen noch davon aus, dass sich Täter in diesem Gebäude aufhalten. Und deswegen müssen wir dies durchsuchen.